Hallo Halil, hier ist die 13 Oskar Delta 157, Operator Carsten, südlich von Hannover im Oberharz. Roger. Alles klar mein Freund Halil, 116 Kilo Papa 108, hier ist die 13 Oskar Delta 157, Operator Carsten, südöstlich von Hannover im Oberharz, mein Freund Halil. Wir haben schon öfters gesprochen, Roger. Ich erinnere mich an deinen Namen, Kastange. Ich erinnere mich an deine Station, Reuenfurt, dankeeschön. Roger Halil, Roger Halil, bei mir hier südöstlich von Hannover, blauen Himmel, Sonnenschein, blauen Himmel, Sonnenschein, ungefähr 2, 3 Grad minus, ein sehr schönes Wetter. Zu dir dein Signal, Santiago 7 bis 9, 9 plus 10, Radio 5 Halil, Roger. Roger Halil, Roger Halil, du hast hier 7 bis 9, 9 plus 10, Radio 5, Südöstlich von Hannover im Oberharz, hat mein Freund Halil. Die besten Grüße zu dir und deiner Familie und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bye, bye.